Morgen Leute, wir sind heute wieder auf einer der Grenzrouten um Aachen unterwegs, genau genommen Grenzroute Nummer 3. Wenn ihr Lust habt, kommt einfach ein paar Schritte mit. Nummer 4. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 5. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 So Leute, wir sind jetzt wieder zurück am Auto Wir haben es geschafft, nach gut 16 Kilometern mit einigen, ja verdammt hohen Steigungen Das war echt eine gut anstrengende Tour, aber landschaftlich wunderschön Link dazu gibt es in der Videobeschreibung Ich hoffe es hat euch gefallen, macht es gut, bis zum nächsten Mal iov Musik Musik Okay.